Ich bin der Daniel, ich bin 36 Jahre alt. Ich gehe am Wandern mit meinen Kollegen. Wir engagieren sich sehr für soziale Projekte. Das ist meins, ja, weil das bin ich. Post ist für mich auch ein sehr sozialer Arbeitgeber. Dazu wird der Mensch selber um die Arbeit, was er leist und nicht Werer ist.